Ein Leben für Berufsbildung. Simon Hausermann hilft der Firma in der Schweiz seit Jahren, um die besten Rahmenbedingungen für die eigenen Lernenden zu arbeiten. Er ist überzeugt, wer auf die Bedürfnisse der jungen Menschen eingeht, der hat am Ende des Tages motivierte Mitarbeiter, die mitgestalten. Wie die perfekten Rahmenbedingungen als Lehrbetrieb aussehen, das erfahrt ihr im heutigen Podcast. Das ist die 22. Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Simon, schön bist du da. Ciao Marc, danke, dass ich da sein durfte. Gerade mal zum Start. Simon, wer bist du in zwei, drei Sätzen? Ich bin ein engagierter Mensch, der für die Buschbildung brennt, der wirklich Gas gibt. Ich habe selber vier Kinder, die auch in der Buschbildung unterwegs sind. Eigentlich sogar Hobbys. Ich präge mich bei meinem Berufswahlparcours, also für Oberstufenschüler, wo auch der Start in die Buschbildung möglichst optimal verlaufen sollte. Also die Buschbildung ist bei mir ein grosses Thema. Also nicht nur ein Job, sondern auch ein Hobby, sozusagen. Yes, genau. Gut, ich habe im Intro schon gesehen, wir wollen ja über Rahmenbedingungen heute reden, für die Lehrbetriebe, wo die Lehrbetriebe für die Jugendlichen arbeiten können. Ich möchte aber zuerst am Anfang des Podcasts mit dir über deine Rahmenbedingungen reden, auch was deine Geschichte angeht, was deine Erfahrungen angeht. Kannst du vielleicht nochmal sagen, du machst verschiedene Sachen, das hast du mir auch schon erzählt im Vorgespräch, wie sieht jetzt so ein bisschen dein Alltag aus, oder ich sage jetzt ein klassischerer Tag von dir? Einen klassischen Tag von mir, den kann ich eigentlich sagen, den gibt es fast nicht. Aber ich bin bei der EB Zürich, das ist eine Berufsfachschule für Buschbildung, wo ich die ganze Thematik um Buschbildner und Buschbildner betreue, aber auch für die Firmen, die da bin. Also gerade wenn eine Firma einen Kurs will, in der Buschbildung, eine Weiterbildung, will in Richtung Train-the-Trainer zum Beispiel gehen, dann haben sie mit mir Kontakt und dann schauen wir, welche Bedürfnisse, welchen Bedarf das sie haben und suchen nach Lösungen für ihre Mitarbeitenden. Das ist so der eine Teil von meinem Job und der andere Teil bin ich auch noch unterwegs für verschiedene Bildungsinstitutionen, immer im Thema Buschbildung. Das heisst zum Beispiel auch für Top-Ausbildungsbetriebe, wo ich in verschiedenen Funktionen auch bin, gerade im Projekt 2030, also so um das Projekt Ausbildungskompetenz und in den Betriebsstärken gehe. Und ich bin dort auch als Trainer unterwegs, in den Betrieben, als Coach unterwegs. Ich begleite dort auch Betrieb, gerade in den Themen und Buschbildung. Du hast ja auch viel Erfahrung. Wenn man auch jetzt so ein bisschen deinen Lebenslauf anschaut, kannst du vielleicht auch noch einmal so ein bisschen deine wichtigsten Stationen zusammenfassen? Also ich habe angefangen, Berufslaufbahn als Mauer. Und dieser Beruf, der mich extrem prägt. Und zwar einfach, das gibt erstens mal einfach, es gibt dir ein unglaublich gutes Gefühl, dass du siehst, was du gemacht hast. Das ist ein Stolz. Und selbst heute laufe ich noch die Stadt Zürich durch und weiss ganz genau, wo ich was gemacht habe. Welches Gebäude ich umgebaut habe. Das gibt mir auch heute, Jahre später, also 30 Jahre später, gibt mir das immer noch ein gutes Gefühl. Und ich habe dort dann aber gelernt, als Mauer wirklich einfach durchzuziehen, durchzuheben, mit anderen Kulturen umzugehen. Das war mega spannend. Das ist so das eine. Dann habe ich meine Laufbahn auf dem Bau irgendwann beendet und habe mich entschieden, dass ich Fahrlehrer werde. Etwas ganz anderes. Aber das Thema ist schon dort klar gewesen, es geht um Jugendliche. Die Jugendlichen sind mir einfach sehr stark ans Herz gewachsen. Das ist auch heute immer noch so. Das ist wirklich Passion. Und es gibt so unterschiedliche Menschen. So unterschiedliche Jugendliche. Und das ist genau das Spannende daran. Ich sehe das auch in meinem Umfeld, logischerweise in der Familie, wo ich auch Jugendliche habe. kann, dass das auch nicht immer ganz so eine einfache Zeit ist. Ich habe dann, nachdem, dass ich Fahrlehrer war, ein zwischendes Jahr in Neuseeland angehängt, zurück auf den Bau. Ich wollte einfach in Neuseeland neue Erfahrungen sammeln. Aber auch dort hatte ich sofort Kontakt mit jungen Menschen. Und dann zurück in die Schweiz, selbstständig geworden als Fahrlehrer. Aber nach kurzer Zeit habe ich mich entschieden, es muss weitergehen. Und ich habe dann aufgrund von Weiterbildungen in einem Logistikunternehmen unterwegs gewesen für arbeitsmarktliche Massnahmen. Ich habe dort dann aber auch nachher angefangen, ein Motivationssemester für Jugendliche, wo man sagen kann, wo wenig Chancen hatten, um im ersten Arbeitsmarkt wirklich eine Stelle zu bekommen, haben wir ein Motivationssemester inhaltlich auf die Beine gestellt. Der Rahmen standen, aber die Inhalte hatten wir präge. Und das war eine super Erfahrung, das war extrem intensiv, aber wirklich eine grossartige Erfahrung. Und ganz klar auch, ich bin mit den Schattenseiten vom Leben, bin ich auch konfrontiert worden, einfach von diesen Jugendlichen teilweise. Hast du dich bis zu diesem Zeitpunkt schon gekannt gehabt, oder ist das für dich wirklich neue Erkenntnisse, neue Lebensgeschichten, die du gesehen hast? Total. Also, das sind wirklich so viele neue Lebensgeschichten, das hat man den Horizont extrem erweitert, weil das sind schlussendlich alles junge Menschen, die im Sozialamt bei uns nachher gelandet oder auch vermittelt wurden. Und da hat es wirklich Jungs darunter gehabt, die teilweise sind die mit Fussfesseln unterwegs gewesen, aufgrund von Zwischenfällen, die sie gehabt haben. Oder die sind schon fünf Jahre in der Schweiz gewesen, aber haben aus dem Game nicht wahnsinnig viel Lebensinhalt gehabt. Also sind oftmals auch, oder aus Krankheitsgründen, auch ein Tiefpunkt gestanden vom Leben. Und wir haben sie dort wirklich versucht, auch in diesem Motivationssemester so weiter zu bringen, dass sie wirklich auch einen Anschluss geschafft haben in der Burschlehrung. Also das Ziel ist eigentlich dann immer die berufliche Integration gewesen, vor allem im Zusammenhang mit der Lehre. Absolut. Nachdem bin ich zu Burschbildner.ch gekommen und habe dort ein paar Jahre in verschiedenen Funktionen gearbeitet und habe dort wirklich so die Vielfalt von der Burschbildung intensiv kennenlernen in Projektleitungen, aber auch im Rahmen von Unterrichtstätigkeiten mit Unterstützung von ODAS, mit Bezug zu den Kantonen. Also sehr einen breiten Horizont in diesem Thema überkommen und das Thema Ausbilden, das ich ja vorhin schon in verschiedenen Stationen gemacht habe, hat dort einen anderen Stellenwert oder eine andere Perspektive und es ist mehr darum gegangen, um genau die Rahmenbedingungen. Also auch Menschen, die wollen, Jugendliche auszubilden, wirklich zu befähigen, ihnen Inputs mitzugeben, Perspektiven mitzugeben, Tools mitzugeben, die sie wirklich auch selber nachher anwenden und selber in das Thema auszubilden und das hat dort eine andere Perspektive bekommen. Jetzt bin ich wie gesagt bei DB Zürich und da für die Firmenkunden, Firmenkurs unterwegs und eben auch für Berufsbilder und Berufsbilder das Thema, das bleibt, die liegt mir wirklich sehr am Herzen. Einfach dort können ihnen auch Rahmenbedingungen zu geben, wo sie sich damit identifizieren und auch wirklich können daraus profitieren für den eigenen Alltag. Es soll sehr, sehr praxisnah sein und wirklich auch Perspektiven zu geben, auch sie zu pushen und zu unterstützen und zu ermutigen und zu sagen, selbst wenn du da bist und du machst das, weil jemand hat müssen, weil man dich ausgewählt hat, es gibt Perspektive für dich und es ist ein geiler Job, es ist eine coole Geschichte, mit jungen Menschen zu arbeiten. Also wenn ich jetzt zusammenfasse, du hast immer Coaching, Berufsbilder, Berufsbilder, die dich immer begleitet haben, aber du hast auch die Jugendliche, nicht nur die Seite Firmen, das ist auch spannend, das ist auch glaube ich vielleicht auch die Challenge, die gewisse Firmen haben, sie sind extrem stark in dem was sie machen, gerade auch im Handwerk, gerade unsere KMU-Landschaft, die auch so spannend und innovativ ist in der Schweiz, aber dann wird man auch konfrontiert mit Jugendlichen, mit einer anderen Generation, wo vielleicht, du hast gesagt, du hast Familie, aber vielleicht nicht alle die Erfahrungen schon im Privaten und dann sind es vielleicht zwei Welten oder zwei Sichtweisen, die irgendwie matchen müssen, oder? Ist ja nicht so einfach. Nein, und das zeigt es auch, das sind auch viele Fragen, oftmals sind die grössten Herausforderungen von Brussbillern und Brussbillern Führung von Jugendlichen, Führung von Lernenden und ja, das kann man klar sagen, das kann eine Herausforderung sein. Wenn man sich anschaut, grundsätzlich der grösste Teil der Jugendliche schafft die Lehre erfolgreich und schafft die Lehre gut, mit vielleicht auch gewissen Krisen zwischendrin, das gehört aber auch zum Alter dazu. Ich glaube aber wirklich, dass es eine grosse Herausforderung ist, die Lernenden heute zu verstehen. Wie ticken sie? Was sind ihre Bedürfnisse? Was sind ihre Prioritäten, die sie setzen? Und wenn man das anschaut, muss man klar sagen, es sind immer noch Menschen. Es sind immer noch Menschen, Bedürfnisse, Interesse haben. Das war bei mir der Fall. Aber heute sind die Traumbedingungen schon anders. Die Einflüsse haben sich total verändert. Es gibt viel mehr Auswahl, viel mehr Möglichkeiten. Es geht viel mehr um dich als Mensch, als Individuum. Was bei mir noch nicht so ein Thema war, ist es mir gut gegangen oder nicht? Hat sich jemand darum gekümmert oder nicht? Ich habe viel mehr kann ich so das Bild nehmen? Ich bin im Dreck gestanden und musste mich durchkämpfen. Es gab nicht wahnsinnig viel. Meine Eltern sagten, was beisst, es gibt nichts und ich habe das auch selber gemerkt. Spannend ist, ich habe nach drei Wochen schon meine erste drei wöchige Pause gemacht in der Lehre. Also ich habe das auch ein bisschen provoziert. die Aufträge war nicht spannend. Ich musste machen und das heisst, ich habe Bachsteine, die angeliefert worden sind, auf halb angebrauchter Palette musste überbiegen und neue Zusammenstellungen machen von Paletten, sodass sie wieder gelagert werden konnten. Da waren einfach Palette am Boden und die Steine oder die angefangenen Palette und ich musste umbiegen und ich bin einen Tag dran und sorry, es hat mich angewürgt. Duble Arbeit, wie man sagt. Duble Arbeit, genau. Und irgendwann haben wir einfach die Handgelenke wehzutun und ich wusste, wenn ich hier rauskomme, dann muss ich irgendetwas Kreatives machen. Und es hat mir wirklich so getan, dass ich zum Arzt gegangen bin und dann hat er mir eine Schinne gegeben und mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich auf dem Bau mit Schmerzen und Handgelenke und schlussendlich bin ich wieder gearbeitet und zurückgekommen mit Schinne und die Schinne hat gelottert nach kurzer Zeit und mein Handgelenk hatte immer noch weh getan und dann bin ich zum Arzt und dann sagte nur noch drei Wochen Pause mit Gips und so und ich äusserlich gesagt nein und yes und schlussendlich habe ich drei Wochen Pause gehabt weil dazum keine digitalen Medien vorhanden waren es eben auch recht langweilig zu Hause und meine Mutter hat mich genervt und dann bin ich sorry Mami und dann bin ich schnell wieder zurück auf den Bau nach drei Wochen bin ich geläuter und wusste ok ich ziehe es durch ich mache das weil ich keine Lust auf das andere Und hast dort die Rahmenbedingungen bekommen und gesagt mal da habe ich das erste die dich geprägt hat auf deinem Wege Also in dieser Arbeit habe ich sicher nicht gesehen aber nachher schon und spannend war und ich glaube das ist nicht wahnsinnig viel anders heute wenn du gute Leute hast positive Leute Leute die ein Interesse haben wo dir auch etwas beibringen wo du lernen davon wo du sagst hey das ist ein geiler Typ der ist ein cool der gefällt mir der hat irgendetwas dann holt dich das viel mehr ab und du dich selber zu dieser Arbeit kommitt du selbst das Commitment geben du bist selber verbindlicher wenn du schlussendlich merkst hey das funktioniert und zwar sehr oft auf sozialer Ebene und dann kann es plötzlich sein dass so ein Brennen entsteht für die Arbeit für den Inhalt aber sehr oft über Menschen und das ist auch bei mir entstanden also ich habe in der Lehre nicht einfach die rosige Lehre gehabt ich war auch nicht super lernend ich habe auch nicht wahnsinnig gut abgeschlossen aber ich habe ganz unterschiedliche Menschen erleben und dort drinnen auch ich mich gut erinnere an ein Beispiel ein Polier das ist ein vorgesetzten auf dem Bau bei einer Mauer die ich gemacht habe und den Vorschlag ausgeholt und mit einem Schlag lag sie auf dem Ranzen und in dem Moment war es mir auf die einen Seite behindert und auf die anderen war extrem wütend und ich wäre am liebsten gurgeln geumpelt danke Eltern für die Erziehung ich habe es dann nicht gemacht und bin am Abend auf das Büro gegangen und sagte ich arbeite nicht mit dem zusammen und das ist 30 Jahre her und dann hat der Betrieb gesagt ok ist darauf eingegangen er gesagt gut wir auf andere Baustelle zueinander polieren und dann hatte es extrem im Griff was er so zwischenmenschlich im sozialen für Kompetenzen hatte das hat mich beeindruckt und da gibt es eine Geschichte dazu ich war in dem Alter und das sind Jugendliche auch hin und her geschüttelt manchmal von Emotionen und wissen nicht recht was passiert und dann nach er ja hat er mir gesagt schlussendlich an einem Tag weil ich wirklich so ich bin über beide Ohren verliebt gewesen total und ich bin auf dem Bau gewesen und ich wusste nicht recht was oben und unten ist und dann hat er gesagt was du produzierst du nicht brauchen ich habe eine Fassade gemauert er hat mich weggenommen und gesagt gehst in die Paraggen holst das Material wir gehen zusammen in Keller im Moment sehe ich es für dich nicht dass du produktiv arbeiten aber gehst du den Keller runter und dort unten durch die Garagenteckung rüber machen das war ein Job der auch gemacht werden aber er nahm mich völlig aus dem Kreuzfeuer aus dem Druck raus nahm und sagte eine Woche bist du da unten war ein italiener und dann gehst du wieder auf und dann gehst du wieder zur Arbeit und er nahm das ernst nahm dass ich in dieser Situation nicht das performen was er erwartet hat und was ich von mir erwartet hätte und ganz simple einfache Lösung aber ich bin angebunden ich bin verantwortlich gewesen trotzdem in dem für einen Job ich konnte nicht einfach sagen ok schön jetzt mache ich nichts mehr und das hat er wirklich sehr gut gemacht das ist mir sehr geblieben als positives Beispiel und ich habe mich auch nicht kritisch angegriffen gefühlt nein das ganz sachlich hat das gemacht mir gesagt warum begründet und hat eine Lösung gebraucht also im Nachhinein bist ihm auch vor den Kopf gestossen dankbar für die Erfahrung für dein Learning absolut weil es mir gezeigt was ich mache hat einen Wert und somit ist es wertvoll für den Bau für die Entwicklung von dem Bau und ich bin dort drinnen bin ich der Einzige Verantwortung hat dass das gut kommt ich bin der Captain auf meinem Boot ich muss die Verantwortung übernehmen und ich glaube das ist etwas gewesen was mir dort in dieser Situation recht bewusst worden ist allgemein wenn wir auch um Rahmenbedingungen reden und wir reden auch über Erwartungen wo wir uns alle einig sind ist sicher auch dass die Berufsbildung einen enormen Beitrag hat also einen entscheidenden Beitrag logischerweise für die Nachwuchsförderung für die Zukunft auch von der Branche und von Unternehmen aus wirtschaftlichen Aspekt aber natürlich auch den ganzen menschlichen Aspekt Integration persönliche Entwicklung also sind die beiden Sachen die aufeinander treffen also Win-Win aber ich glaube was ja spannend ist auch die Frage gerade weil wir immer so in einer also wir sind ja in einer individualisierten Gesellschaft oder zum Teil wird es noch extremer und ohne das positiv oder negativ zu bewerten aber die Frage aus Sicht von Jugendlichen oder auch von Eltern eben du hast ja selber auch Kinder die Lehre gemacht haben was sollte man erwarten abgesehen von einem sicheren Arbeitsplatz von einem guten Lohn was kann die Erwartung sein mal ganz allgemein vielleicht alle Bursspielerinnen und Bursspieler sind auch immer wieder bewusst da kommen junge Menschen zu euch die erstens mal wirklich im Normalfall haben sie extrem wenig Erfahrung ausser sie sind irgendwo sehr nahe an einem elterlichen Betrieb gewesen die Landwirtschaft ist das zum Beispiel sehr starkes Beispiel oder die wissen ganz genau wie so ein Betrieb auch funktioniert was das bedeutet die haben oftmals den Blick gehabt also sie haben oftmals wenig Bezug zum Thema sie haben eine gewisse Vorstellung sie haben auch oftmals gerade heute ist es nicht mehr so attraktiv den Kindern Ämter zu geben und sie die Verantwortung zu Hause zu nehmen aus verschiedenen Gründen das ist ein Thema und ich glaube aber was wichtig ist dass man wirklich als Eltern die Erwartung haben wir haben jetzt 16 Jahre das Kind begleitet und jetzt kommt ein grosser Schritt und jetzt geht es um eine fachliche Ausbildung es geht aber nicht nur um Fachkompetenzen die Jugendliche erlernen sondern es geht um eine Prägung fürs Leben und ich glaube die Erwartungshaltung die darf man als Eltern dass wirklich dass die Jugendlichen in dem Beruf in dem Berufsumfeld anhand von den Standards zum Beispiel Bildungsplan Ausbildungsplanung dass die Jugendlichen wirklich eine Ausbildung bekommen wo sie schlussendlich den Startschuss Startrampen haben um nachher zu regissieren als Fachperson und das ist definitiv nicht einfach das Fachliche sondern das sind die bekannten Handlungskompetenzen Methoden selbst Sozialkompetenzen es geht darum heute dass Jugendliche eine Grundlage bekommen um Handlungskompetenz in Situationen zu agieren im Berufsumfeld und wenn man jetzt bei mir in meiner Biografie sieht ja das hat mich enorm geprägt und ich glaube meine Eltern hatten nicht die Erwartung dass ich für das Leben geprägt werde aber sie hatten die Erwartung dass ich eine Ausbildung bekomme wo man mich ernst nimmt und ich glaube heute ist der Fokus noch viel stärker da dass die Eltern wirklich einfach das Beste wollen für ihre Kinder ich sehe dort aber auch ganz starke Unterschiede also von sehr starkem Interesse vielleicht fast ein überbehütetes Interesse bis zu gar kein Interesse wirklich ganz krass Beispiel wo Eltern sagen 16 du bist selber verantwortlich jetzt bist du die Lehre jetzt musst du selber schauen und ich glaube die Erwartungshaltungen sind sehr unterschiedlich aber grundsätzlich darf man erwarten dass eine positive Ausbildung genossen werden wo sie beraten werden für die nächsten Schritte in der beruflichen Laufbahn und du kennst ja die Seite Berufsbildner Firmen Lehrbetrieb sehr gut oder ich denke erst recht kannst du aber auch verstehen wenn die Seite auch sagt gut jetzt sind ihre Erwartungshaltungen und wir kommen auch einen Schritt entgegen aber wir sind immer noch in den Arbeitsfeld oder wir haben auch gewisse Erwartungen und oftmals aus meiner Erfahrung sind es die Basics Pünktlichkeit Anstand Kommunikation was auch immer aber aus deiner Erfahrung was hast du das Gefühl sind auch die Erwartungen von den Lehrbetrieben die vielleicht nicht erfüllt werden oder wo sie sich wünschen da brauchen wir noch mehr so im Zusammenhang mit Lehrbetrieben ja absolut es sind immer unterschiedliche Erwartungshaltungen da und das ist legitim also man setzt auf Lernende man bildet sie aus man darf auch etwas erwarten es ist ein Lehrvertrag schlussendlich ist etwas unterzeichnet worden man hat das Commitment gegeben B-Zeitig oder vom Lernenden über die Eltern zum Betrieb also das ist ja schlussendlich ist das so Grundlage und dort spielen oder dürfen automatische Erwartungen mit rein spielen aber ich glaube man spricht zu wenig darüber also was sind unsere Erwartungen an die Lernenden oder was sind die Erwartungen von den Eltern am Betrieb oder was wünschen sich die Kids wenn sie in der Lehr sind und manchmal sind es vielleicht keine Vorstellung es kann sein dass sie noch nicht so genau wissen aber die entstehen und ich glaube das ist ein ständiger Austausch auch immer wieder was soll passieren genau über die Themen weil schlussendlich hinter den Erwartungen sind Bedürfnisse und die Bedürfnisse die wenn die erfüllt werden mindestens zu einem gewissen Anteil erfüllt werden dann dann sind Jugendliche grundsätzlich auch bereit um ihres Commitments zu geben das erlebe ich immer wieder wenn sie ernst genommen werden wenn mal eine Umfrage gemacht hatte was wünschen sich Lernende gerade so in der Lehre von Berufsbildnern und Berufsbildnern und dort ist herausgekommen der erste Punkt ist Geduld dass man Geduld hat mit den Lernenden eine Fehlertoleranz aber nicht einfach nur Fehler stehen sondern mich fair darauf hinweisen mit mir das anschauen und können das Lernen von den Fehler und das ist etwas Wichtiges und das zeigt auch ein bisschen Lernende ein bisschen das Lernfeuer anfängt zu Lodern sie wollen wachsen sie wollen weiterkommen sie wollen sich entwickeln und ich glaube die Erwartungshaltung die der Betrieb haben das wirklich das ist auch die Verantwortung von den Lernenden dass sie sich auch committet dass sie auch den Schritt machen die Erwartungshaltung die ist nicht übertrieben die ist absolut legitim das soll auch wirklich stattfinden aber ich glaube man hat oftmals ein unterschiedliches Verständnis von den Situationen Lernende wissen schon dass sie pünktlich kommen Lernende wissen schon dass sie man hat ihnen ja auch gesagt dass sie vielleicht zum Beispiel auch die Lerndokumentation ausfüllen dass sie die machen aber das Spannende ist ja irgendwann passiert es dann nicht mehr oder weniger nicht bei allen aber es kann sehr schnell etwas einschleichen auch und dort ist es auch dem Alter entsprechend das braucht auch Korrekturen es braucht wie die Leitplanken auf der Strasse es braucht das Spielfeld und das ist die Verantwortung der Berufsbilderinnen und Berufsbilder die Leitplanken die Regeln wirklich auch mit ihnen anzuschauen und vor allem das Verständnis haben sie wirklich verstanden um was es geht Verstehen und Wissen ist nicht Verstehen und das Verständnis heisst oftmals dass ich die Frage stelle was hast du verstanden oder wie würdest du das machen oder welchen Weg würdest wählen oder was ist der erste Schritt also dass ich sehr stark mit offenen Fragen arbeite um sie abholen und ihre Beiträge nicht nur darauf hoffen dass sie kommen sondern einfordern eben genau mit offenen Fragen kann das sehr gut gemacht werden und vor allem können wir so viel mehr Verständnis nach und erklären sind wir auf der gleichen Schiene miteinander unterwegs aber das heisst die Rahmenbedingungen oder Leitplanke können wir es auch nennen müssen eigentlich so positiv sein dass du wie du sagst das Lernfeuer eigentlich kann entwickelt werden und ich sage eben das Mitdenken mitgestalten was ja auch ein Anspruch ist von dieser Generation und da habe ich eingenommen oder ich bin jetzt am Ende mit 25 auch noch Generation Z aber ich sage ja auch ich will irgendwo arbeiten wo ich kann mitdenken mitgestalten und ich glaube es ist dann noch ausgeprägter zum Teil bei Jüngeren aber wie also ja vielleicht konkret wie schaffst du die Rahmenbedingungen dass du jemanden hast der mitdenkt also ich meine für mich logisch es wäre jetzt einfach nicht nur Auftrag gegeben sondern ich weiss nicht mehr Freiraum oder was Voilà du hast schon ein Thema schon gerade angeschnitten also wo habe ich Möglichkeiten wirklich einen essentiellen Beitrag zu leisten und zwar einen Beitrag zu leisten fürs Miteinander fürs also soziale oder das fachliche oder vielleicht mit Inputs zu kommen wie ich vorgehen würde ich finde etwas ganz Wichtiges logisch wissen sie noch nicht genau was das jetzt bedeutet wie ich zum Beispiel ein Projekt gestalte aber wenn sie dort drinnen merken das was sie machen können wird wertgeschätzt und ich glaube das ist eine grundhaltung wertschätzende grundhaltung wertschätzende grundhaltung heisst nicht wir haben alle freiheiten du kannst einfach das machen was du willst sondern wertschätzende grundhaltung gibt auch rückmeldungen oder wertschätzende grundhaltung lässt auch immer wieder die Lärmden selber darüber reflektieren das finde ich etwas ganz wichtiges also dass ich dir sage dein Beitrag ist wichtig bis hin dass ich einmal die Frage stelle und sage hey wenn du jetzt das anschaut wie du vorgegangen bist was sagst du dazu bist du zufrieden welche Emotionen hast du dabei und ich glaube das ist etwas ganz essentiell dass sie merken sie können einen Beitrag leisten das was sie machen ist entscheidend hat einen Wert für die Firma dann glaube ich auch dass sie Verantwortung übernehmen eine Verantwortung ja logisch eine Verantwortung hat immer auch mit dem Ausbildungsstand mit dem Wissenstand mit dem Erfahrungsstand zu tun also das heisst ich muss auch mein Gegenüber kennen ich muss wissen wo mein Gegenüber steht welche Fähigkeiten es hat nur ein kleines Beispiel du kommst zurück eine Note dann hast eine 4 halbe dann wird unterteilt dann gewisse Noten rüber jetzt in gewissen Bereichen merkst es ja das war noch nicht so wahnsinnig stark gewesen jetzt ist genau die Möglichkeit und sagt okay komm das stärken wir gemeinsam schauen welcher Job welche Aufgaben kann ich dir übergeben wo du noch lernen kannst wo du weiter kommen wo du dich weiter entwickeln und plötzlich geht es um Interesse wo der lernte merkt es geht ja um mich um meinen Lernprogress also meine Entwicklung drinnen und ich glaube das ist etwas ganz wichtiges heute müssen Jugendliche merken dass es um sie und um ihre Weiterentwicklung geht und um ihre Möglichkeiten und das ist die Verantwortung der Postbilderinnen und Postbilder dass sie wirklich auch das Bits verkaufen aber nicht nur Marketing machen sondern wirklich auch Inhalt liefern also sie müssen ein bisschen adaptieren können was kommen für Projekte in der nächsten Zeit wo ich auch meinen Lernenden übergeben oder in welchem Bereich können sie mitschaffen um ihre Kompetenzen wirklich aufzubauen das finde ich einen essentiellen Punkt weil das beinhaltet wie vorhin gesagt Motivationsförderung weil du merkst es geht um dich Weiterentwicklung es geht um das Ernstnehmen um das Interesse am Gegenüber wenn ich Fragen stelle und ich wirklich Interesse habe an dem wo du mir antwortest dann zeige ich dir klar du bist mir wichtig du bist mir nicht gleich die Wertschätzung ist das etwas das ist nicht auf einen Beruf oder auf einen kleinen oder Grossbetrieb und es etwas Universelles aber gleich gibt es ja andere Herausforderungen oder andere Voraussetzungen von Grossem Kleinbetrieb oder nicht jeder hat gleich viel Zeit oder hat gleich viel Bildung oder Kurs besucht aber gleich muss es ja einen Weg geben für alle Firmen die Wertschätzung zu geben vielleicht das Beispiel aus seiner Laufbahn was hat das verändert bei Jugend oder was kann das verändern wenn man plötzlich die Wertschätzung bekommt oder wenn man das von Anfang an gespürt weil man kommt ins Arbeitsleben und du hast mir noch eine Geschichte erzählt aber am Anfang und ich glaube das ist bei vielen so wenn die Lehre das erste Mal in Arbeitswelt und dann fährt man wie ein Bild an entwickeln und wenn das negativ ist weil ich drei Monate lang nur Staubsaug oder nicht mitschaffen oder nicht ernst genommen wird dann entwickle ich das Gefühl für die Arbeitswelt erstens arbeiten ist negativ zweitens meine Vorgesetzten sind immer grundsätzlich gegen mich ich arbeite nur für den Lohn all die Sachen entwickeln sich aber du das Gefühl mit einem guten Umgang oder mit der Wertschätzung und Verantwortung und Entwicklung kann man das verhindern ja zu einem grossen Teil kann man das verhindern weil es ist eine Anbindung es ist wie bei einem Schiff ein grosser Frachter das in den Hafen kommt das ist wie der Leerstart das hat einen Lotse und dieser Lotse hat einen Job das Schiff sicher in den Hafen reinzubringen und bevor irgendetwas passiert mit dem Schiff bevor man abladen wird das Schiff wird verteilt und dann fängt man an arbeiten mit dem Schiff dann fängt man an abladen weil wenn man das jetzt überträgt auf die Jugendlichen die in die Lehre kommen es braucht Bezugspersonen und das ist wichtig coole Bezugspersonen Bezugspersonen die einen Bezug haben Wieso nicht lernen dich selber als Bezugspersonen Wieso nicht ihnen die Verantwortung übergeben jemandem wo man wirklich sieht das sind Personen die Verantwortung übernehmen Lust und Freude haben und ich glaube das ist etwas Zentrales Lust und Freude zu haben mit Jugendlichen zu arbeiten und dann ist es wichtig die Bezugspersonen das Götti System könnte man Götti System auch sagen die führt nachher wirklich auch in die Prozesse rein die dort stattfinden ganz viele Untiefer wieder im Bild gesprochen ganz viele Gefahren stellen die für Jugendliche sein und die können extrem gut gehandelt werden wenn dort jemand verantwortlich ist und jemand mit einem offenen Geist mit Interesse wie vorhin gesagt und dann geht es darum du kannst die Jugendliche genau anbinden also im Sinn von nicht negativ sondern im Sinn vom Bild gesprochen das muss auch passieren sie müssen angekommen und angekommen ist viel einfacher wenn du merkst dass ein Team da ist das Interesse hat an dir als Person wenn man zum Beispiel zum simpels Beispiel das 9 der erste Tag bist da so eine Willkommenskultur hat und das spielt so keine Rolle wenn es irgendein Grossbetrieb ist oder ein Kleinbetrieb das ist eine Haltung und die Haltung kann jede Berufsbilderin haben das ist nicht einmal wichtig ob der CEO voll hinter mir steht oder nicht sondern das ist etwas das von mir her kommt und das ist ein wichtiger Beitrag und das ist das Nummer eins Beispiel ich sage hey ist die Arbeitsvorbereitungen gemacht dass du wirklich anfangen zu arbeiten und dass du merkst dass man dort mit dir hat man wirklich etwas vor sprich Rahmenbedingungen sprich Hilfsmittel sind die wertig oder nicht ich habe ein Beispiel von Innendekorationsgestalterin oder Polydesign 3D wo der Chef schlussendlich mit den Lernenden in Aldi ging und in Aldi eine Stichsage gekauft hat um damit sie mit er arbeiten am Abend war die Stichsage kaputt Entschuldigung kann man so ein Commitment ein Interesse ein Feuer entwickeln für eine Arbeit wenn du Hilfsmittel hast die nicht wertig sind wenn du merkst er arbeitet mit dem guten Material ich mit dem schlechten Material wenn du merkst der andere hat einen riesen Bildschirm zum Beispiel KV und ich habe meinen kleinen Bildschirm vielleicht den Laptop aber mehr nicht das wird heute wahrgenommen das sehen sie also da geht es darum wirklich um um ja nicht Kompetenz sorry sondern um 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 eine Wertschätzung um eine Erkennung um eine Voraussetzung wo du mit diesen Hilfsmitteln gerne arbeiten und andere Beispiele so ein bisschen aus dem Karosseriebereich da kommst du den Bau rüber und dann du merkst dass in diesem Bau rein einfach und das merkst du noch nicht gerade am ersten Tag aber merkst du im Vergleich mit den anderen dass dir einfach so quasi nur die Hälfte vom Material zur Verfügung gestellt worden ist und die anderen kommen immer sich wieder bedienen bei dir dann sind das Emotionen die dorthin gerendet sind und die sind negativ also ja das ist etwas Zentrals mit was mit welchen Hilfsmitteln schaffen wir bin ich als Person wertgeschätzt bin ich gleich wie andere Mitarbeitende und das ist nur so der Start oder das ist so das Anbinden von Lernen Also eigentlich sehr viele Softfacts oder wie du sagst die für Gross Kleinbetrieb möglich sind eben wenn ich so jetzt nochmal überlege was du gesagt hast du siehst die Grundhaltung auf Augenhöche Respekt Kommunikation eben ganz allgemein viele Gespräche klare erwartungshaltige kommunizieren vielleicht ein bisschen weniger Beziehung Anerkennung Wertschätzung und eben auch Weiterentwicklung und wenn wir als Lehrbetrieb einen guten Job machen wenn man in der Berufsbildung engagiert ist und ich glaube das sind sehr viele das darf man nicht vergessen also die Schweizer KMU Landschaft auch die einfach einen guten Job macht und eben in so vielen Bereichen muss ich sagen auch Thema Integration wo ich glaube das so entscheidend ist dass wir in der Schweiz einfach auch gewisse Probleme nicht haben die andere Länder haben weil wir einfach die berufliche Integration und die Lehre hat so einen wichtigen Anteil muss man immer wieder sagen oder muss man immer wieder mehr in der Politik betonen aber was mich noch wundernimmt was glaubst du ist der grösste Wert von positiven Rahmenbedingungen für mich als Lehrbetrieb abgesehen von der Entwicklung der Jugendliche was wir alles gesagt haben aber von was profitiere ich am meisten als Lehrbetrieb wenn ich einen guten Job mache für mich ganz simpel zu beantworten die Frage du hast früher hast du junge Menschen die bereit sind zum Gas geben also du profitierst als Betrieb im Normalfall profitierst du sehr schnell du kannst nämlich den Jugendlichen mehr Verantwortung übergeben schon früher wenn sie das gelernt haben wenn sie eingeführt hast wenn ihnen die Verantwortung schon früher gifst wenn sie sich reinbringen wenn sie sich entwickeln dürfen unbedingt Fehler machen etwas ganz Wichtiges aber nicht nur Fehler machen sondern in der Reflektion nach was mache ich nächstes Mal anders das ist ein wichtiger Job und das klingt nach viel Zeit aber ich sehe ganz viel zum Beispiel im Handwerk sehe ich die Büsse auf der Strasse unterwegs und sehe wie einer im Steuer ist und vier hinten schlafen inklusive der Lern aber wieso tust nicht auch mal einfach auf der Heifahrt sagen hey reflektieren gemeinsam den Tag schau dann schnell an das ist übrigens einfach Arbeitszeit im Normalfall oder wieso gibst nicht auch einfach den Job auf der Heifahrt als Monteur irgend das was du montierst mal schnell Betriebsanleitung oder das technische Merkblatt durchzulesen drei Fragen dazu zu stellen wie das ja wie das das Gerät funktioniert zum Beispiel oder welche Elemente auf was man besonders achten oder wo Gefahren sind also das ist nicht eine wahnsinnige Geschichte sondern es geht mehr um das Bewusstsein und ja es ist ein Aufwand das ist so also Ausbildung ist immer ein Aufwand und jetzt kann ich das aber wirklich einfach besser oder ich kann es schlechter machen und ich glaube es sind so die kleinen Geschichten wie wir vorhin angesprochen haben es geht darum wie Gespräch ja nutzt das 10 Minuten intensiv ist besser als einfach nicht darüber reden und ausbildest sorry du musst die Zeit nehmen und sonst musst es delegieren muss jemand anderen übernehmen aber und logisch gibt es auch manchmal zum Beispiel in der Küche just in time sie müssen voll parat sie müssen auf den Punkt und dann hast du nicht noch Zeit zu reden aber dann musst dir überlegen wo können wir über die Situation die am Tag passiert sind reden letztes Jahr habe ich hochgetroffen und gesagt im Team meeting habe ich bestens Zeit um das genau zu reflektieren und dann geht es nicht darum dass ich den Lernenden vor den anderen kritisieren sondern dann sage ich noch schnell wir müssen schnell etwas miteinander anschauen und dann habe ich mir die 10 minuten genommen und dann besprechen das und dann schauen wir was du nächstes mal anders machen und am besten ist wenn die lerne sie selber sagen was sie das nächste Mal anders machen wie sie vorgehen weil wenn sie das sagen dann hat sie eine Idee und dann ist sie nächstes Mal auch besser und kann besser einen Job machen die Voraussetzungen sind gegeben dass das passieren mehr Zeit oder Zeit nehmen für Lernende mehr Zeit Bewusst Zeit Bewusst Zeit weil wir nicht mehr Zeit aber diese Zeit methodisch anders nutzen das ist etwas Zentrales Ich glaube du hast mit all deinen Punkten schon sehr einen guten Einblick gegeben in die positiven Rahmenbedingungen das ist natürlich auch ein sehr weites Bereich aber ich glaube mit dem Stichwort Wertschätzung Anerkennung Kommunikation was nicht zu unterschätzen ist und eben Zeit Verantwortung Ich möchte noch ganz kurz etwas sagen ich finde es ist etwas ganz Zentrales die Firma hat immer auch eine Geschäftsleitung sie hat immer auch Geschäftsführung und dort drin das glaube ich ist ein Potenzial das wir noch nicht ganz ausgeschöpft haben dass Geschäftsleitung und Geschäftsführung das zu einem wirklich prioritären Thema macht Fachkräftemangel haben wir schon x-mal gehört die Ausbildung ist eine Antwort für den Fachkräftemangel und das ist etwas Zentrales also es heisst das muss top down gelebt werden Ausbildung ist ein Thema wo top down gelebt werden wo ein Interesse muss da sein von der Geschäftsleitung von Geschäftsführerin vom Geschäftsführer und ich erlebe das in Firmen die das machen und ich erlebe eine ganz andere Kultur in den gesamten Firmen wenn Ausbildung nicht nur bei Lernenden ein Thema ist oder wenn Ausbildung bei Lernenden ein Thema wird passiert meistens eines es wird auch ein Thema werden bei den Mitarbeitern also es muss eigentlich auch eine Grundhaltung sein von der Teppichetage bis überall und im besten Fall auch und das darf man auch nicht vergessen ich sage gerade auch in vielen KMU wo ja auch Geschäftsführung Geschäftsleitung Personen haben noch eine Lehre gemacht also eigentlich auch die Storys müsste man mir erzählen oder ja zum Beispiel oder vielleicht auch mal wäre ja spannend mal gleich zum Lehrerstart wenn der CEO voreinander steht und eine eigene Geschichte aus der Lehr oder vielleicht die eigene Geschichte vom Lehrerstart auch und das ist etwas ganz Wichtiges von den eigenen Fehler die gemacht worden sind so wie entspannen von dem Thema Fehler und Fehler können machen und dort wirklich dass Leitungspersonen darüber reden und coole Story erzählen dann ist das Gold wert übrigens ein Thema eigene Geschichten zu erzählen etwas ganz Wichtiges auch für Lernende darüber zu reden können erzählen was man selber erlebt hat auch offen sein transparent und sagen es ist auch bei mir nicht alles einfach gut gegangen wie ich gesagt habe ich habe nicht performt am Lehrabschluss ich habe sogar in einer Not total versagt also wirklich ungenügend gewesen und ich habe es trotzdem bestanden ich weiss aber was der Fehler war und ich hätte es nachher besser machen ich hätte es anders gemacht und ich glaube aber es ist wie so das ein bisschen entlasten und sagen wir können daraus lernen haben wir eine Lernkultur in der Firma und das ist etwas was muss vorüber abgelebt werden ich glaube aus Geschichten lernen ist ja bei Jung und Alt so dass man am besten lernt aus Geschichten und persönlichen Erfahrungen wenn man die auch weiter gibt du hast gerade eine meiner letzten Fragen beantwortet ich habe noch zwei letzte brennende Fragen an dich und eine ist und das ist ein Input wo ich auch in meiner täglichen Arbeit bei Justi durch die Verbände und Lehrbetriebe immer wieder zu hören und das ist die Motivation der Jugendlichen für einen handwerklichen Beruf wie wir schaffen es dass wir die Begeisterung oder das Image für das Handwerk für viele Berufe die es gibt die man oftmals gar nicht kennt oder den Sinne sieht wie bringen wir das wieder hin ich glaube es läuft über Personen es läuft auch darüber im Kleinen im grossen gesellschaftlich ist es eine andere Geschichte aber auch dort haben wir good stories to tell haben wir Geschichten wie wir vorhin gesagt haben die wir erzählen können auch vermarkten können aktuell findet einiges wenn ich auf den sozialen medien schaue oder lise gerade LinkedIn hat relativ viele Posts wo es darum geht das Handwerk in ein besseres Licht stellen und es geht nicht per se darum das Handwerk in ein besseres Licht stellen sondern begeisterte Leute zu haben motivierte Leute zu haben positive Leute zu haben im Handwerk wo mit jungen Menschen zusammen sind wir wieder an dem Punkt wenn dort wirklich auch die Jugendlichen merken wow da bin ich wertgeschätzt da bin ich anerkannt da bin ich habe ich ein Gegenüber sind wir wieder an dem Punkt und das hat einen Einfluss jetzt ich glaube schon im grösseren Rahmen müssen wir schon auch vielleicht in die Zukunft schauen welchen Stellenwert das Handwerk hat und ich bin überzeugt der Stellenwert des Handwerks wird in die Zukunft noch zunehmen also wenn jemand dort drinnen trotz dem dass man von AI oder KI oder was auch immer redet sind ja auch Bedürfnisse von Kunden sind gewachsen und gestiegen und das sind oftmals individuelle Lösungen gerade wenn noch finanzielle Möglichkeiten da sind und das schafft der Profi der Handwerksprofi schafft das hey mir fehlt manchmal ein bisschen dass man diese Produkte wahrnimmt dass man die vermarktet auch so hey der Stolz drinnen den Stolz über dem was ich machen konnte ich habe gesagt ich laufe durch Zürich durch und weiss ganz genau wo ich was gemacht habe das hat mit einem Stolz zu tun und wenn das Jugendliche merken dass der Stolz da ist dann fällt es ihnen viel einfacher um selber den Schritt zu machen dann können sie sich anstecken lassen ich glaube das ist etwas was in den letzten Jahren ein bisschen gelitten hat redet über das was wirklich gut macht redet über die Produkte die sie zeigen das zeigen dir stolz und vermarktet das in der heutigen Zeit mit den sozialen Medien etwas entscheidendes und eben so können wir auch wieder entsprechende Fachkräftemangel bekämpfen also haben wir klare Aufgaben auch ich finde es schön dass du das auch positiv siehst oder dass du auch positiv gestimmt bist gerade was Handwerk angeht und ja ich halte fest das Lernen für Entfachen positive Rahmenbedingungen schaffen wertschätzung verantwortlich ganz viele wichtige Sachen die du gesagt hast hat es in deiner Laufbahn und jetzt zu meiner zweiten Frage hat es in deiner Laufbahn auch einen prägender Moment gegeben den du für dich realisiert hast du bist sogar im Ausland gewesen ich kenne jetzt neuseelandisches System nicht im Detail aber hat es dort auch einen Moment gegeben die Berufsbildung das ist so wertvoll was wir da machen und was alle Berufsbilderinnen Berufsbilder alle Lehrbetriebe und eben auch die CEOs die das leben und vorleben und ihre Firmen mit 20% Lernenden ausstattet dass die so einen wertvollen Beitrag leistet nicht nur zur Wirtschaft und Gesellschaft hat es einen Moment gegeben wo du sagst das ist meine Berufung oder das ist meine Mission ja also wie ich am Anfang gesagt habe sind Jugendliche immer ein Thema das ist aber noch nicht so Mission die Berufsbildung in der Schweiz wie du vorhin auch angedrönt hast international gesehen hat sie sehr in guter Ruf und das Neuseeland angesprochen und ich habe das dort auch gemerkt gehabt also ich habe gemerkt den Unterschied auch zum neuseeländischen System und das ist nicht schlecht überhaupt nicht es ist einfach anders und wo ich aber auch gemerkt habe wie viel das unsere Lernenden einfach Know-how und nicht nur Wissen sondern wirklich Kompetenzen haben um in Situationen zu entscheiden um Entscheidungen zu treffen das ist etwas das sie nur lernen können weil sie genau im Betrieb mit zu und diese Handlungskompetenzen tagtäglich immer wieder trainiert werden und dann Berufsfachschule und der UK als unterstützendes Element respektive als wichtiges Element so in diesen drei Lernorten und dort drinnen habe ich nachher für mich auch festgestellt gehabt so irgendwann ja bin ich an dem Punkt wo ich gesagt habe hey Berufsbildung schafft Perspektive und Berufsbildung schafft Perspektive eben nicht nur im Fachlichen sondern wo ich so für mich reflektiert habe ich gemerkt wie stark mich meine eigene Lehre wirklich geprägt hat für das Leben und ich glaube die Bestätigung ich weiss die Bestätigung habe ich nachher auch bekommen in der Berufsbildner Kurs wenn du die Frage stellst warum bist du da respektive die Frage stellst wer von diesen Personen in deiner eigenen Ausbildung haben dich geprägt dann hast du immer wieder die Antwort im positiven im negativen und das spannende ist bei denen die negativ erlebt sagen ich gebe meinen einsatz weil ich möchte dass meine lernt es besser haben als ich und auf die anderen seite im positiven weil ich so positiv erlebt habe ich will das weitergeben ich will und ich sehe und das ist für mich so sinnhaft ich sehe ganz viele menschen in der schweiz wo sich investieren Brussbilderinnen und Brussbilder die sich investieren in das System ohne sie würde das System nie funktionieren und das ist auch etwas was mich sehr antrieben hat zu sagen ich investiere mich da rein und da auch so vielleicht ein bisschen kritische Anmerkungen an die Firmen und den Entscheidungstragern wer schätzt die Arbeit von euren Brussbilderinnen und Brussbilder selbst dann wenn ihr nach drei vier Jahren wie die Lärm zurück holt weil sie vielleicht schon Weiterbildung gemacht haben das war unmöglich weil sie das EFZ abgeschlossen haben und in das EFZ hat Brussbilderinnen und Brussbilder die Investition gegeben also die wahren Helden der Brussbildung absolut gut Simon danke viel mal also Brussbildung als Königsweg ich glaube das können wir so zu sagen danke viel mal für den spannenden Einblick und auch für deine Story die inspirierend ist und zeigt wie wertvoll die Berufsbildung ist aber auch wie wertvoll Menschen wie du sind und bis bis zum nächsten Mal wenn es heisst Inside Brussbildung bis zum bis zum bis zum bis zum Untertitelung des ZDF, 2020